Hast du dich jemals von jemandem, den du liebst, ignoriert gefühlt und festgestellt, dass du in Selbstzweifel und Frustration verfällst? Es ist eine schwierige Situation, aber es ist entscheidend, damit umzugehen, ohne deine Würde zu verlieren und dein persönliches Wachstum zu fördern. In diesem Video werden wir kraftvolle Strategien teilen, die dir helfen, diese herausfordernden Momente mit Selbstvertrauen und Widerstandskraft zu meistern. Schau bis zum Ende, um zu lernen, wie du dein Selbstwertgefühl bewahren, gesunde Grenzen setzen und diese schwierigen Erfahrungen in Chancen zur Selbstverbesserung und Stärkung verwandeln kannst. Am Ende dieses Videos wirst du über die Werkzeuge verfügen, nicht nur mit der Ignoranz umzugehen, sondern daran zu wachsen und stärker zu werden. Bevor wir beginnen, wäre ich dir dankbar. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir helfen, die stoische Philosophie weiter zu verbreiten. Wenn du noch nicht abonniert hast, empfehle ich dir, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine Videos verpasst. Wenn dir das Thema dieses Videos gefällt, kommentiere bitte mit der Nummer 1. Wenn nicht, kommentiere bitte mit der Nummer 0, damit ich weiß, wie ich ein besseres Video für dich machen kann. Jetzt lass uns beginnen. Setze sie nicht auf ein Podest. Denn eine Frau, die du liebst, anfängt, dich zu ignorieren, kann der emotionale Schmerz ziemlich intensiv sein. Dieses Gefühl, von jemandem, der dir wichtig ist, an den Rand gedrängt zu werden, kann zu Selbstzweifeln und Verletzungen führen. Es ist jedoch entscheidend, diese Emotionen nicht dazu zu nutzen, sie auf ein unverdientes Podest zu stellen. Sie auf eine übertriebene Stufe der Wichtigkeit zu erheben, kann dein Selbstwertgefühl verzerren und dein Vertrauen untergraben. Dein Selbstwertgefühl sollte von größter Bedeutung sein, wichtiger als die Zuneigung jeder einzelnen Frau. Beziehungen sind dynamisch, und wenn eine Frau sich entscheidet zu gehen, wird irgendwann eine andere in ihr Leben treten. Die Stärke deines Selbstwertgefühls ist jedoch eine Konstante, die erhalten und gepflegt werden muss. Dein Selbstwertgefühl für den Versuch, ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen, zu verlieren, ist kontraproduktiv und kann zu einem Abwärtstrend des Selbstwerts führen. Wie navigierst du also durch diese herausfordernde Situation, ohne dein Selbstwertgefühl zu opfern? Zunächst musst du eine Einstellung der Selbstüberlegenheit entwickeln. Das bedeutet nicht, dass du denkst, du seist besser als alle anderen auf eine arrogante Weise, sondern dass du erkennst, dass niemand von Natur aus dir überlegen ist. Jeder Mensch hat einzigartige Qualitäten und Stärken, die ihn wertvoll machen. Wenn sie sich entscheidet, dich zu ignorieren, ist es wichtig, darauf zu reagieren, indem du zeigst, dass dein Selbstwertgefühl und dein Selbstrespekt deine obersten Prioritäten sind. Dies kannst du durch dein Verhalten und deine Haltung tun. Indem du eine ruhige und gelassene Haltung bewahrt, signalierst du, dass ihre Missachtung deinen Wert nicht mindert. Reflektiere zudem über deine persönlichen Qualitäten und Erfolge. Du hast Leistungen und Eigenschaften, die Respekt und Bewunderung verdienen, selbst wenn sie sie nicht anerkennt. Ob es dein beruflicher Erfolg, deine Talente oder die Art und Weise ist, wie du andere mit Freundlichkeit und Integrität behandelst – diese Aspekte deines Charakters sind bedeutend. Erinnere dich an diese Stärken und lasse sie dein Selbstbewusstsein stärken. Indem du deine Qualitäten wertschätzt, fertigst du dein Selbstwertgefühl und zeigst, dass du deinen Wert erkennst. Dieses innere Vertrauen wird sich natürlich nach außen projizieren und klar machen, dass du dich selbst genug respektierst, um dich nicht von der vorübergehenden Gleichgültigkeit einer anderen Person beeinflussen zu lassen. Es ist auch wichtig, durch dein Verhalten zu kommunizieren, dass du in jeder Beziehung gegenseitigen Respekt erwartest. Wenn du zeigst, dass du dich selbst wertschätzt, setzt du einen Standard dafür, wie du behandelt werden möchtest. Dies bewahrt nicht nur deine Würde, sondern kann sie auch dazu bringen, ihr Verhalten zu überdenken und möglicherweise den Fehler zu erkennen, den sie gemacht hat, indem sie dich ignoriert hat. Zusammenfassend ist es entscheidend, sie nicht auf ein unverdientes Podest zu stellen, sondern sich auf die Bewahrung und Steigerung deines Selbstwertgefühls zu konzentrieren. Entwickle eine Haltung der Selbstüberliegenheit, bei der du deinen Wert erkennst und deine persönlichen Qualitäten und Erfolge wertschätzt. Auf diese Weise bewahrst du deine Würde und schaffst eine Umgebung, in der gegenseitiger Respekt gedeihen kann. Zweitens, kommuniziere mit ihr auf eine Weise, die gegenseitigen Respekt und Verständnis vermittelt. Dies beinhaltet, Selbstvertrauen und emotionale Sicherheit zu demonstrieren. Wenn du ihr gegenüber mit einer gefassten und respektvollen Haltung auftrittst, sendet das eine starke Botschaft, dass du dich selbst wertschätzt und an das Prinzip des gegenseitigen Respekts glaubst. Das ruhige und klare Ausdrücken deiner Gefühle zeigt, dass du nicht von Verzweiflung oder Unsicherheit getrieben bist, sondern von einem echten Wunsch nach respektvollem Umgang. Dieses selbstsichere Verhalten ist nicht nur beeindruckend, sondern auch überzeugend. Es zeigt deine innere Stärke und Reife und lässt sie erkennen, dass du nicht jemand bist, der leicht manipuliert oder durch emotionale Spiele beeinflusst werden kann. Wenn sie dieses Maß an Selbstvertrauen und Gelassenheit sieht, wird sich ihre Perspektive wahrscheinlich ändern. Sie wird erkennen, dass du ein Mann bist, der sich selbst wertschätzt und respektloses Verhalten nicht toleriert. Dies kann dazu führen, dass sie ihre Handlungen neu bewerten und möglicherweise ihre Aufmerksamkeit und Vergebung suchen. Ihre Bereitschaft, sich zu entschuldigen und Wiedergutmachung zu leisten, wird deutlich, sobald sie den Wert des gegenseitigen Respekts in einer Beziehung versteht. Jedoch solltest du nicht um ihre Aufmerksamkeit betteln. Eine gängige Taktik, die einige Frauen nutzen, um Männer zu manipulieren, besteht darin, sie zu ignorieren, in der Hoffnung, dass sie um Aufmerksamkeit betteln. Dies kann sich auf verschiedene Weisen manifestieren, wie ZB das Nichtbeantworten von Nachrichten oder Gleichgültigkeit in sozialen Situationen. Das Ziel ist es, eine Reaktion hervorzurufen, die ihr Ego stärkt, indem sie dich dazu bringt, ihr nachzulaufen. Es ist wichtig, diesem Drang, um ihre Aufmerksamkeit zu kämpfen, zu widerstehen. Dieses Verhalten zu zeigen bedeutet, genau in ihre Falle zu tappen, ihr Ego zu füttern und ihre Manipulation-Taktiken zu bestätigen. Wenn du anfängst, um ihre Aufmerksamkeit zu betteln, verlierst du dein Selbstwertgefühl und deine Würde, da du deine Bestätigung über deinen eigenen Selbstwert stellst. Zudem wird sie dich, wenn du ihr nachjagt, als jemand wahrnehmen, der unbedingt gefallen will und auf Aufmerksamkeit aus ist. Dies schmälert ihren Respekt vor dir, weil sie zeigt, dass du leicht manipulierbar bist und dein Selbstwertgefühl von ihrer Zustimmung abhängt. Frauen respektieren in der Regel Männer, die selbstbewusst und sicher in sich selbst sind, nicht diejenigen, die verzweifelt nach Aufmerksamkeit suchen. Stattdessen konzentriere dich darauf, deine Gelassenheit zu bewahren und deine Energie auf dein Wachstum und Wohlbefinden zu lenken. Zeige ihr durch deine Handlungen, dass du nicht von ihr für dein Glück und Selbstwertgefühl abhängig bist. Auf diese Weise bewahrst du deine Würde und deinen Selbstrespekt und machst klar, dass du dich nicht in Gedankenspiele verwickeln lässt. Dieser Ansatz schützt nicht nur dein Selbstwertgefühl, sondern steigert auch deine Attraktivität, indem er deine emotionale Stärke und Unabhängigkeit demonstriert. Wisse dies, dein kleiner Fehler, um ihre Aufmerksamkeit zu betteln, kann sich negativ auswirken und dein Selbstwertgefühl erheblich mindern. Wenn du um ihre Aufmerksamkeit bettest, erklärst du implizit, dass ihre Bestätigung und Aufmerksamkeit für dich wichtiger sind als dein Selbstrespekt. Dieses Verhalten sendet eine klare Botschaft, dass du ihre Zustimmung über deinen eigenen Wert stellst, was deine Würde und dein Vertrauen untergräbt. Höre also auf, um ihre Aufmerksamkeit zu betteln, und konzentriere dich stattdessen auf dein persönliches Wachstum und deine Ziele. Richte deine Energie darauf, dich selbst zu verbessern, deinen Leidenschaften nachzugehen und deine Ziele zu erreichen. Auf diese Weise lenkst du ihren Fokus auf andere wichtige Aspekte deines Lebens und zeigst, dass du dich nicht leicht von ihren manipulativen Taktiken beeinflussen lässt. Wenn sie sieht, dass ihre Versuche, dich zu kontrollieren, ineffektiv sind, wird sie anfangen, ihre Handlungen zu hinterfragen und tief bedauern, dass sie dich unterschätzt hat. Zeige keine emotionale Schwäche. Verstehe, dass du als Mann das Wesen dessen, was es bedeutet, ein Mann zu sein, gefährden kannst, wenn du emotionale Zerbrechlichkeit zeigst. Männer werden erwartet, emotionale, mentale und körperliche Stärke zu besitzen. Frauen hingegen werden allgemein als weniger stark in diesen Bereichen angesehen und könnten glauben, dass sie Männer durch Ignorieren ihren Wünschen unterwerfen können. Zeige ihnen, dass du kein schwacher Mann bist. Wenn sie sich entscheidet, dich zu ignorieren, ist es natürlich, sich verletzt zu fühlen, aber es ist entscheidend, diese Emotionen nicht an die Oberfläche kommen zu lassen. Das Zeigen deines Schmerzes und deiner Verwundbarkeit gibt dir nur die Macht, dich emotional zu kontrollieren. Stattdessen solltest du emotionale Stärke und Widerstandsfähigkeit zeigen. Bewahre eine ruhige und gefasste Außenwirkung, selbst wenn du innerlich verletzt bist. Indem du deine Emotionen kontrollierst und nicht zulässt, dass sie dein Handeln bestimmen, zeigst du, dass du die Kontrolle über deinen emotionalen Zustand hast. Das bewahrt nicht nur deinen Selbstrespekt, sondern zeigt dir auch, dass du nicht leicht manipuliert werden kannst. Wenn du weiterst, emotionale Schwäche zu zeigen, signalierst du, dass du stark und unabhängig bist. Diese Haltung schützt dich nicht nur vor emotionaler Manipulation, sondern verschafft dir auch Respekt von anderen. Sie verstärkt die Vorstellung, dass du eine selbstbewusste Person bist, die Selbstrespekt und Würde über alles andere stellt, und macht klar, dass du dich nicht von kleinen Gedankenspielen beeinflussen lässt. Zeige emotionale Stärke und Widerstandsfähigkeit. Bleibe gefasst und kontrolliere deine Emotionen, bevor sie dich kontrollieren. Wenn Emotionen die Kontrolle übernehmen, diktieren sie dein Verhalten, was oft zu Handlungen führt, die deine Persönlichkeit und deinen Selbstrespekt untergraben können. Frauen und Menschen im Allgemeinen können leicht spüren, wenn ihre Handlungen und Entscheidungen von unkontrollierten Emotionen getrieben sind, was es ihnen erleichtert, dich zu manipulieren. Wenn du jedoch emotionale Stärke zeigst, machst du deutlich, dass du nicht von ihrer Meinung oder ihren Handlungen für dein Selbstwertgefühl abhängig bist. Diese Unabhängigkeit ist besonders vorteilhaft, wenn sie sich entscheidet, dich zu ignorieren. Wenn sie dich emotional nicht kontrollieren kann, verliert sie die Macht, dich zu beeinflussen. Diese Widerstandsfähigkeit schützt nicht nur dein Selbstwertgefühl, sondern stärkt auch deine Position als selbstbewusste und gefestigte Person. Ignoriere ihre Existenz. Das mag widersprüchlich erscheinen, aber es ist überraschend effektiv. Es ist unbestreitbar, dass viele Frauen Aufmerksamkeit suchen, und wenn sie diese nicht erhalten, beschäftigen sie sich oft intensiv mit ihrem Aussehen und Verhalten. Dieses Maß an Besessenheit wird noch stärker, wenn sie dich ignoriert und du im Gegenzug sie ignorierst. Indem du sie ignorierst, signaliert du, dass du nicht von ihrer Zustimmung oder Bestätigung abhängig bist. Dieses Verhalten zeigt, dass du nicht verzweifelt nach ihrer Aufmerksamkeit suchst und dass dein Glück und Selbstwertgefühl nicht von ihren Handlungen abhängen. Das Ignorieren ihrer Existenz schafft ein Gefühl von Geheimnis und Intrige. Sie wird sich bewusst fragen, warum ihre Versuche, dich zu beeinflussen, nicht erfolgreich sind. Wenn du sie ignorierst, lässt du nicht nur ihre Entscheidung, dich zu ignorieren, in Frage stellen, sondern hebt auch dein Selbstwertgefühl und deine Würde hervor. Dein selbstbewusstes Verhalten sendet eine klare Botschaft, dass ihre negativen Aktionen dich nicht beeinflussen. Dieser Ansatz bewahrt nicht nur deinen Selbstrespekt, sondern steigert auch deine Attraktivität, indem er deine emotionale Unabhängigkeit und Stärke demonstriert. Steigere deinen Wert Wenn du im Leben auf höherem Niveau agieren möchtest, auch wenn sie dich ignoriert, hier ist ein entscheidender Rat, steigere deinen Wert. Wenn Frauen Männer ignorieren, neigen viele Männer dazu, in Panik zu geraten, sich isoliert zu fühlen und den Fokus auf ihr Leben zu verlieren. Diese Reaktion ist bedauerlich und kann ihren gesamten Lebensweg drastisch verändern. Um nicht zu einem solchen Mann zu werden, musst du in dich selbst und dein persönliches Wachstum investieren. Diese Investition lässt sie nicht nur ihre Entscheidung bereuen, sondern macht dich auch für andere Frauen attraktiver. Arbeite daran, deine Fähigkeiten zu entwickeln. Ob durch Bildungsmaßnahmen oder berufliche Weiterentwicklung, die kontinuierliche Verbesserung deiner Fähigkeiten verleiht deinem Leben ein tiefes Gefühl von Erfolg. Strebe höhere Bildung an, besuche Workshops, lerne neue Fähigkeiten oder suche nach fortgeschritteneren Schulungen in deinem Bereich. Auf diese Weise erhöhst du dein Wissen und deine Fähigkeiten, wodurch du wertvoller und kompetenter wirst. Außerdem solltest du dich auf die Verbesserung deines wirtschaftlichen und sozialen Status konzentrieren. Frauen fühlen sich natürlich zu Männern hingezogen, die einen höheren Status im Leben erreicht haben. Das könnte bedeuten, in deiner Karriere voranzukommen, ein erfolgreiches Geschäft zu gründen oder kluge finanzielle Investitionen zu tätigen. Wenn sie sieht, dass du erfolgreich bist und neue Höhen erreicht, wird sie ihre Entscheidung, dich zu ignorieren, tief bereuen. Höherer Status umfasst auch das Erweitern deines sozialen Kreises und das Knüpfen starker, bedeutungsvoller Beziehungen zu einflussreichen und positiven Menschen. Darüber hinaus arbeite ich an der Entwicklung deiner emotionalen Intelligenz. Das bedeutet, zu lernen, deine Emotionen effektiv zu verstehen und zu steuern. Durch die Kontrolle deiner Emotionen verhinderst du, dass sie dein Handeln und deine Entscheidungen diktieren. Diese emotionale Reife macht dich weniger anfällig für Manipulation und attraktiver für andere. Wenn du zeigst, dass du deine Emotionen mit Anmut und Gelassenheit handhaben kannst, spiegelt das innere Stärke und Widerstandsfähigkeit wieder. In dich selbst zu investieren und deinen Wert zu steigern, wird dich in eine attraktive und faszinierende Person verwandeln. Diese Selbstverbesserung wird nicht nur die Aufmerksamkeit der Frau auf sich ziehen, die dich ignoriert hat, sondern auch andere anziehen, die deinen Wert erkennen und schätzen. Indem du dich auf dein Wachstum konzentrierst, schaffst du eine Aura von Vertrauen und Kompetenz, die schwer zu übersehen ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du deinen Wert steigern solltest, indem du kontinuierlich deine Fähigkeiten entwickelst, deinen wirtschaftlichen und sozialen Status verbesserst und deine emotionale Intelligenz stärkst. Dieser Ansatz stellt sicher, dass du auf dein persönliches Wachstum fokussiert bleibst, was dich in allen Lebensbereichen attraktiver und erfolgreicher macht. Halte dich mit deinen Interessen beschäftigt. Denn eine Frau, die du liebst, beschließt, dich zu ignorieren, ist es leicht, sich verloren und hilflos zu fühlen. Das emotionale Auf und Ab kann überwältigend sein und zu Traurigkeit und Frustration führen. Statt jedoch diesen negativen Emotionen nachzugeben, konzentriere dich darauf, dich mit Aktivitäten zu beschäftigen, die dir Freude und Zufriedenheit bringen. Widme Zeit den Hobbys, die dir am Herzen liegen, sei es ein Musikinstrument zu spielen, zu malen, zu schreiben oder Sport zu treiben. Auch das Erlernen neuer Dinge, wie das Erlernen einer neuen Sprache oder einer neuen Fähigkeit, kann unglaublich erfüllend und Ablenkung sein. Engagiere dich in persönlichen Projekten, wie dem Starten eines Blocks, dem Bau von etwas oder ehrenamtlicher Arbeit, um ein Gefühl von Sinn und Erfolg zu erfahren. Indem du dich in diese Aktivitäten vertieft, lenkst du nicht nur deinen Geist von der Situation ab, sondern bestärkt auch, dass dein Glück nicht von seiner Aufmerksamkeit abhängt. Diese Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit sind attraktive Eigenschaften. Wenn sie sieht, dass du dein Leben voranbringst und Erfüllung in verschiedenen Bereichen findest, könnte sie beginnen, ihre Entscheidung, dich zu ignorieren, zu überdenken. Dein Fortschritt und deine Zufriedenheit zeigen, dass du in der Lage bist, alleine zu gedeihen, was dich anziehender macht und deine Resilienz demonstriert. Schätze deine Freundschaften und familiären Beziehungen. In Zeiten, in denen du dich von jemandem, den du liebst, ignoriert fühlst, ist es wichtig, Unterstützung durch deine Freundschaften und familiären Beziehungen zu suchen. Diese Beziehungen sind das Rückgrat deines emotionalen Unterstützungssystems und können Trost und Stärke bieten, die du in schwierigen Zeiten benötigst. Verbringe wertvolle Zeit mit Freunden, die dich aufbauen, und beteilige dich an Aktivitäten, die Lachen und Freude bringen. Nimm wieder Kontakt zu Familienmitgliedern auf, die immer für dich da waren, teile deine Erfahrungen und ziehe Kraft aus ihrer Liebe und Unterstützung. Indem du diese Beziehungen wertschätzt und pflegst, stärkst du dein Selbstwertgefühl und dein Gefühl der Zugehörigkeit. Erinnere dich daran, dass du von den Menschen um dich herum geliebt und geschätzt wirst, unabhängig von den Handlungen einer Person. Diese Erkenntnis hilft dir, ein positives Selbstbild aufrecht zu erhalten und zu verhindern, dass du dich vollständig von der Aufmerksamkeit der Frau, die dich ignoriert, abhängig fühlst. Wenn du zeigst, dass du ein starkes Unterstützungssystem hast und von Menschen umgeben bist, die sich um dich kümmern, könnte dies die Person, die dich ignoriert, dazu bringen, ihre Handlungen zu überdenken. Sie können erkennen, welchen Wert du besitzt und welchen Verlust sie dadurch erleidet, dass sie nicht Teil deines Lebens ist. Zusammengefasst sind das Halten dich mit Aktivitäten beschäftigt, die dir Freude bereiten und das Wertschätzen deiner Freundschaften und familiären Beziehungen wichtige Strategien im Umgang mit dem Gefühl, von jemandem ignoriert zu werden, den du liebst. Diese Maßnahmen helfen dir nicht nur, mit dem emotionalen Schmerz umzugehen, sondern heben auch deine Unabhängigkeit und Resilienz hervor, was dich attraktiver und respektierter macht. Sei durchsetzungsfähig und setze Grenzen Wenn eine Frau beschließt, dich zu ignorieren, ist es wichtig, deine Grenzen und Erwartungen durchsetzungsfähig zu kommunizieren. Ihr Verhalten sollte dein Selbstwertgefühl oder dein emotionales Wohlbefinden nicht diktieren. Drücke höflich, aber bestimmt aus, dass du es verdienst, mit Rücksicht und Respekt behandelt zu werden. Mache klar, dass du die Beziehung wertschätzt, aber auch dich selbst und dass du es nicht tolerieren wirst, ignoriert oder respektlos behandelt zu werden. Wenn sie dich weiterhin ignoriert, trotz deiner Bemühungen, zu kommunizieren, sei darauf vorbereitet, Schritte zu unternehmen, um deine emotionale Gesundheit zu schützen. Dies könnte bedeuten, dass du dich vorübergehend von der Situation distanzierst, bis sie bereit ist, die Probleme konstruktiv anzugehen. Grenzen zu setzen bedeutet nicht, hart oder konfrontativ zu sein, sondern sich selbst genug zu respektieren, um dasselbe von anderen zu verlangen. Selbstvertrauen aufbauen Wenn eine Frau dich ignoriert, kann es leicht sein, in Selbstzweifel zu verfallen und deinen eigenen Wert infrage zu stellen. Es ist jedoch wichtig, Selbstvertrauen zu kultivieren und an deine Fähigkeiten und Qualitäten zu glauben. Reflektiere über deine Tugenden, Erfolge und den einzigartigen Wert, den du in jede Beziehung einbringst. Dein Selbstwertgefühl sollte auf deinem Selbstbewusstsein und deiner Selbstakzeptanz basieren, nicht auf der Anerkennung oder Aufmerksamkeit anderer. Durch den Aufbau und die Erhaltung deines Selbstvertrauens wirst du weniger anfällig für emotionale Manipulationen. Selbstvertrauen befähigt dich, herausfordernde Situationen mit Resilienz und Durchsetzungsvermögen zu meistern. Es signaliert anderen auch, dass du sicher in dem bist, was du bist, und machst dich damit attraktiver und respektierter. Offenheit für Dialog und Versöhnung Während der Schutz deines Selbstwertgefühls und das Setzen gesunder Grenzen wichtig sind, ist es ebenso wichtig, offen für Dialog und Versöhnung zu sein. Wenn die Person, die dich ignoriert hat, bereit ist, die Probleme konstruktiv anzugehen, begegne ihr mit einem offenen Geist und einer Bereitschaft zuzuhören. Das Verstehen ihrer Gefühle und Perspektiven kann dazu beitragen, die Kluft, die durch den anfänglichen Konflikt entstanden ist, zu überbrücken. Drücke deine Gefühle und Bedenken klar und respektvoll aus. Effektive Kommunikation umfasst nicht nur das Sprechen, sondern auch das Zuhören. Wenn beide Parteien ernsthaft daran interessiert sind, die Probleme zu lösen, kann dieser Prozess die Beziehung stärken und eine solidere Grundlage für die Zukunft schaffen. Versöhnung sollte darauf abzielen, gegenseitigen Respekt und Verständnis aufzubauen, um sicherzustellen, dass sich beide Partner gehört und geschätzt fühlen. Zusammenfassend schützt das Durchsetzungsvermögen und das Setzen von Grenzen dein Selbstwertgefühl, während das Kultivieren von Selbstvertrauen dein Selbstwertgefühl verstärkt. Offenheit für Dialog und Versöhnung kann Beziehungen reparieren und stärken, indem sie auf Respekt und gegenseitigem Verständnis basieren. Durch die obige Geschichte können wir bedeutungsvolle Lektionen lernen. Wenn man mit der Herausforderung konfrontiert ist, von jemandem, der einem wichtig ist, ignoriert zu werden, ist es wichtig, sich auf Schlüsselstrategien zu konzentrieren, die das Selbstwertgefühl bewahren und persönliches Wachstum fördern. Hier sind die bedeutendsten Lektionen. Erster setze sie nicht auf ein Podest. Dein Selbstwertgefühl ist wichtiger als die Zustimmung eines Einzelnen. Erkenne deinen Wert und bewahre eine Einstellung, dass niemand von Natur aus dir überlegen ist. Zweiter kommuniziere mit Respekt und Selbstbewusstsein. Drücke deine Grenzen und Erwartungen durchsetzungsfähig aus. Zeige, dass du Respekt verdient und dich nicht leicht durch emotionale Spiele beeinflussen lässt. Dritter vermeide verzweifeltes Suchen nach ihrer Aufmerksamkeit. Fliehen um Aufmerksamkeit vermindert deinen Selbstrespekt. Konzentriere dich auf dein persönliches Wachstum und deine Ziele, anstatt Bestätigung von ihr zu suchen. Vierter zeige emotionale Stärke und Widerstandsfähigkeit. Kontrolliere deine Emotionen und demonstriere emotionale Unabhängigkeit. Dies schützt dich nicht nur vor Manipulation, sondern steigert auch deinen Selbstwert. Fünfte ignoriere ihre Existenz, um Geheimnis zu schaffen. Indem du nicht auf ihre Versuche reagierst, dich zu ignorieren, bewahrst du deine Würde und schafft eine Aura des Geheimnisses, die sie dazu bringt, ihre Handlungen zu hinterfragen. Sechster erhöhe deinen Wert. Investiere in persönliche Entwicklung, verbessere deine Fähigkeiten und hiebe deinen wirtschaftlichen und sozialen Status. Dies macht dich attraktiver und selbstbewusster. Siebter bleibe beschäftigt mit deinen Interessen. Beschäftige dich mit Aktivitäten, die Freude und Erfüllung bringen. Das zeigt, dass dein Glück nicht von ihrer Aufmerksamkeit abhängt und hilft dir, voranzukommen. Achter schätze Freundschaften und familiäre Beziehungen. Suche Unterstützung bei Freunden und Familie. Diese Beziehungen stärken dein Selbstwertgefühl und bieten emotionale Stabilität. Neunter sei durchsetzungsfähig und setze Grenzen. Kommuniziere deine Erwartungen und schütze dein emotionales Wohlbefinden, indem du Grenzen setzt. Zehnte entwickle Selbstbewusstsein. Glaube an deine Fähigkeiten und schätze deine Erfolge. Starkes Selbstbewusstsein macht dich weniger anfällig für Manipulation und Widerstandsfähiger. Elfter sei offen für Dialog und Versöhnung. Während du Grenzen wachst, sei bereit, konstruktiven Dialog zu führen, wenn die Person offen ist, die Probleme zu besprechen. Dies kann die Beziehung auf der Basis von gegenseitigem Respekt und Verständnis stärken. Indem du dich auf diese Lektionen konzentrierst, stellst du sicher, dass du dir selbst treu bleibst, deine Würde bewahrst und weiterhin wächst und gedeihst, unabhängig von den Handlungen anderer. Der Stoizismus ermutigt dazu, Sex und Schönheit mit Mäßigung, Selbstdisziplin und einen Fokus auf innere Tugend anstatt äußere Wünsche zu betrachten. Durch Selbstkontrolle und das Kultivieren tugendhafte Eigenschaften glauben die Stoiker, dass Menschen ein tieferes Gefühl der Erfüllung und Zufriedenheit in ihrem Leben erreichen können. Danke fürs Zuschauen. Wir haben einige kraftvolle Strategien behandelt, um dein Selbstwertgefühl und persönliches Wachstum aufrecht zu erhalten, auch wenn du der Herausforderung gegenüberstehst, von jemandem, der dir wichtig ist, ignoriert zu werden. Diese Lektionen können dir helfen, schwierige emotionale Situationen mit Selbstbewusstsein und Widerstandskraft zu bewältigen. Was hast du bisher gelernt? Wir würden gerne von dir hören. Bitte kommentiere unten, was du aus diesem Video gelernt hast und wie du planst, dies in deinem Leben umzusetzen. Wenn dir dieses Video gefällt, hinterlasst bitte deinen Kommentar unten und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Bleib stark und wachse weiter!